ich weiß nicht wie das mit dem tage und nacht zyklus ist ob der mittlerweile auch so ein bisschen angepasst wurde zumindest weil ich hatte das gefühl immer das wurde recht schnell dunkel ich kann mich aber auch irren ich dachte das hätten sie gefixt wie mir scheint aber nicht da geht die sonne unter okay also haben sie angepasst bedeutet also es wird gleich du es da demnach sollten wir uns etwas beeilen auch noch extrem viele locks hier und mit extrem viele meine ich aktuell noch 14 ich weiß nicht ob das jetzt aktuell schon richtig gezählt wird alles stein das ist ja ein abendfüllendes programm hier lass ich gerade mal da wenn das nicht immer so leuchten würde wäre ich ganz schön aufgeschmissen muss ich ehrlich zugeben ich hoffe dass wir nicht zu weit in den wald reinlaufen hier wo ist der zweite jetzt haben wir natürlich nur noch nicht unsere defensive wall ausgebaut hier kraften können wir uns nicht sechs ich weiß nicht überleben wir das wenn wir jetzt pennen gehen ich werde hier auch noch ein paar körperchen aufmachen kraften kann ich jetzt zumindest noch einigermaßen etwas sehen kann ja probieren wir es sagen wir craften gerade noch mal ein bisschen wie viel haben wir drei genau die können wir uns auch mal kraften hier ich weiß wie gesagt nicht ob die besser ist ich weiß ich weiß nicht dass von sich aus das wäre echt ein bisschen mies naja versuchen wir mal unser bestes geben wir einfach mal händen gute acht irgendwas scheint hier auf jeden fall jetzt zu sein ich versuche es einfach noch einmal und ich glaube jetzt wird es gleich tag ich würde gerne irgendwie mal licht machen aber ich würde sagen warten einfach noch ein bisschen denn im grunde genommen sieht es gerade nicht schlecht aus ich finde das spiel ist immer super leise so ohne musik das muss man dazu auch mal sagen wo davor allerdings kommen sie auf jeden fall gerade ich habe sie im bildschirmrand gesehen ich weiß nicht kommen die zu mir kommen die hier lang ist vielleicht auch mal nicht dumm da gerade mal so ein bisschen den ball flach zu halten wo sie bauen irgendwas auf was bauen sie denn auf eine fand marke eine weg marke meine ich hier kann man die dinger kaputt machen kommt da noch jemand geht da jemand ich glaube der herr kommt die da gehen ja ich weiß nicht was die da gerade für ein turm aufgebaut haben ich weiß nicht ob jetzt hier noch jemand irgendwo steht da hat er uns gesehen warum sind auf jeden fall noch ein paar und wir haben extrem mal gerade hier die bauen ja alles dicht habe ich das gefühl ich werde es mal wagen nützt ja nichts wenn man hunger hat das lösen wir aber lieber mal auf diese art und weise hier warte mal wir können auch eigentlich mal versuchen ob die hier auch ans feuer rankommen er blutet davon ganz alleine warum auch immer die lassen da gerade von mir ich weiß nicht warum jetzt kommen sie doch komm doch hier ist eine heiße party noch ein stück was hat das mit diesen türmen auf sich hier ich glaube es geht los noch ein stück ich glaube die mögen kein feuer kann das sein ich meine ich kann es verstehen die läuft schon wieder zurück wie von Taranto gestochen um dann wieder zu kommen wie von der Taranto gestochen soll man mal einen Wartschuss abgeben oh not that effective die gehen aus wenn man jetzt ins Wasser geht eigentlich sollten sie mir war so okay wir haben aktuell noch scheinbar zwei jetzt haben wir noch ein wir wollen auf jeden fall mal hier den war lizard gucken wahrscheinlich habe ich deswegen keine rüstung mehr gehabt so und können wir die dinge jetzt kaputt machen ich will das nicht Mitchell nologie schab ich bin ich es ich Untertitelung des ZDF, 2020 Überall haben sie das hier hingestellt, was soll denn das, kommen wir denn da hin, haben wir jetzt wenigstens, na gut, einen und 13, okay, ich glaube wir sollten hier mal so ein bisschen mehr am Strand rum gucken, ob da irgendwas angespült wurde, was wir noch gebrauchen können, ist übrigens irgendwo ein Höheneingang, genau, deswegen kommen die da auch wahrscheinlich immer alle her, wird es nichts zu brauchen, Holz Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020